Bester Kenner, bester Bewerter. Wir nehmen den nächsten Punkt. Kein anderer Mensch auf der Welt kennt dich so gut, wie du dich selbst. Kein anderer Mensch auf der Welt kann dich so gut bewerten, wie du dich selbst bewerten kannst. Kein Urteil eines anderen Menschen über dich ist so gültig, wie dein Urteil über dein eigenes Ich oder über dein eigenes Selbst, über deine ganze Person, über dein ganzes Leben. Das kommt zum Beispiel aus der Täterarbeit, weil die meisten Täter, aber das kann man auch auf die ganzen Menschen da draußen ebenfalls genauso brechen, sind fremdbestimmte Leute, die derart fremdbestimmt sind, dass wenn man die schon schräg anguckt, dass die denkt, man hat sie angemacht. Jetzt ist das zwar nicht so ein sensibles oder so ein pervertiertes Niveau, das wir im Alltag haben, aber wir sind auch drauf, wenn der andere sagt, so, ja, da bist du aber doof und da bist du aber gut und da bist du aber nicht so gut und so weiter. Ich frage mich, was soll das? Ich weiß doch am besten, was ich gemacht habe. Ich kann mich erinnern, da habe ich noch in die Windeln gemacht. Das können wir ja fast alle. Ich kann mich daran erinnern, wo ich noch ein Baby war. Ich kann mich erinnern, wo ich ein krabbelnder kleiner Junge war. Ich kann mich an die ganzen Tiefschläge erinnern, die in meiner Familie passiert sind. Und das kann ja jeder für sich auch, auch die Supererlebnisse in der Familie. Daran kann sich doch jeder selbst erinnern. Ich weiß, warum ich so geworden bin. Und hör auf, mir auf den Semmel zu gehen, mir zu erzählen, so und so sei das besser. In meiner Welt ist das aber nicht so, weil mein Gehirn ist so geworden, meine Psyche ist so geworden, mein limbisch, also mein emotionales System ist so geworden, mein Herz tickt so und so. Und das ist Rüdiger Lenz. So denke ich wirklich und so lebe ich auch und habe damit kein Problem. Und die Menschen um mich herum haben auch kein Problem, weil ich bin dann geerdet, genordet. Ich bin ein geerdeter Mensch, weil ich das weiß. Und ich bin nicht abhängig von dem Urteil, was mir irgendein anderer erzählt. Es gibt Urteile, die ich von anderen möchte. Aber die kriegen von mir eine Eintrittskarte. Das sind Leute, die auf dem gleichen Level meistens sind oder auf dem höheren Level leben, auf viele höheren Level leben, wie ich das tue. Wo ich sage, wow, das ist eine geile Frau oder ein geiler Typ, da würde ich gerne mal ein paar Tipps von haben. Da würde ich gerne mal wissen, was hältst du da und davon. Aber das mache ich doch nicht mit Leuten, die selber noch nie was auf die Reihe gekriegt haben und mir erzählen, so und so läuft das. Also bitteschön, nein, das könnt ihr sagen. Ihr könnt doch auf Facebook auch schreiben. Ist mir eigentlich ohne Piepe vollkommen egal. Aber man sollte sich so performen, dass man den Rat von wirklich erfahrenen, in den Sachen, die man machen möchte, erfahrenen oder sehr stark ambitionierten Menschen bekommt. Und nicht von irgendwelchen, die da irgendwie umhereiern und umherschüsseln. Das funktioniert nicht. Diesen Rat brauche ich nicht. Weil ich bin ein abgebendes System. Jemand, der in seiner Sache richtig gut geworden ist, der ist ein abgebendes System. Viele Menschen laufen ein Stück ihres Lebensweges neben dir her. Die Großeltern und Eltern am Anfang, die Lehrmeister, die Kollegen in der Mitte, deine Kinder und Enkelkinder sowie das Pflegepersonal im Pflegeheim am Ende. Also das wird so kommen. Also auch mal das lange Brettdenken von A bis Z, also von der Geburt, von der Bahre bis zur Wiege. Das auch mal denken. Wie sieht das eigentlich aus? Welchen Lebenslauf möchte ich auch hinterlassen? Wie möchte ich ins Grab steigen? Oder wie möchte ich Kinder wiegen? Wie möchte ich mit den Kindern auch umgehen? Und welches Leben haben die vor sich? Das ganze Brett mal denken. Einer aber ist immer dabei von Anfang bis Ende. Du. Du bist immer bei dir. Du bist sogar im Schlaf bei dir. Du bist beim Sex bei dir. Beim Essen bei dir. Bei der Kleidungsantrobe bei dir. Du bist beim Lampenfieber bei dir. Du bist beim ersten Mal dabei. Du bist das. Das ist nicht irgendeiner. Du bist der einzige Mensch, der immer dabei ist. Von Anfang bis Ende. Von der Wiege bis zur Bahre. Bist du die Hauptattraktion. Bist du der Regisseur. Bist du der Autor. Bist du der Produzent. Das bist alles du. Das ist nicht die da draußen oder so. Wenn du das ernst nimmst, dann bist du in der Selbstbestimmung. Wenn du das nicht ernst nimmst, bleibst du in der Fremdbestimmung. Dann bist du der Bestimmer. Dann bist du der Handler. Dann bist du der Tätige. Ich sage mal der Täter. Jetzt nicht im Sinne von von Kriminalistik denken, der Täter. Sondern der, der seine eigenen Taten vollführt. In dieser Welt. Da bist du der Tatbringende. Und das ist etwas sehr Positives. Außerdem kennt keiner deine aktuellen Gedanken von heute so gut wie du. Der Zweitbeste hat höchstens 10% Wissen über das, was in dir wirklich abläuft. Das sind eventuell deine Eltern oder deine Geschwister. Vielleicht auch der Partner oder die Partnerin. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, weil wir sind ja nicht Partner, wenn wir auf die Welt kommen. Sondern Partner suchen wir uns immer aus, wenn wir merken, ich könnte jetzt mein Leben eigenständig und so weiter führen. Also es dauert immer zwei Jahrzehnte, sage ich einfach mal. Du bist der Kenner und Profi im Beurteilen von deinem Ich und deinem Selbst. Was du wirklich weißt, was dein Gestern, heute und morgen ausmacht. Du bist der allerbeste Kenner deiner Persönlichkeit und deswegen bist du auch der allerbeste Bewerter deiner eigenen Person. Hör auf damit, nach Fremdbestimmung Ausschau zu halten und zu sagen, die anderen sollen mich bestimmen. Und wenn Rosa Linde sagt, das rosa Kleid sieht scheiße aus, ja dann ziehe ich es auch nicht mehr an. Bullshit. Mach dich selbst glücklich, indem du dich selbst so bewertest, dass es auch positiv beginnt und positiv endet. Mach einen positiven Tag aus dem Tag, was du gerade hast. Und lass dich nicht abbringen von dem, in dem andere dich bewerten. Was bedeutet denn, dass andere dich bewerten? Andere bewerten einen doch nur, damit sie sich besser fühlen. Die beste Freundin kann sagen, ja, oder der beste Freund kann sagen, okay, ja, also das Jackett sieht, da musst du heute ein anderes. Das kann man annehmen, das ist eine andere Bewertung, als das, was ich jetzt gerade meine. Einen guten Tipp, du hast ja auch die Karte ihm gegeben, deinem besten Kumpel sagst du, sag mir mal dies und das, passt die Brille, passt der Haarschnitt oder wie sieht es aus? Ja, das musst du aber anders machen. Oder ich bin kein Kenner von Wein, welchen Wein würdest du heute nehmen zu dem und dem Essen? Ja, ich würde da, ja, einen Rioja würde ich nehmen, ja, und den und den würde ich davon nehmen und so. Ja, das würde ich nehmen. Und dann nimmst du das und merkst, oh, der hat recht, schmeckt gut. Und dann kannst du diesen Rat auch annehmen. Aber alle anderen Dinge sollten die Menschen nicht machen. Das sollte man echt nicht machen.